Willkommen zur nächsten Folge von Raft. Hallo Marvin. Ja, war klar. Hättest du mal nicht was Normales machen können, ne? So, ich war grad unter Wasser. Tut mir leid. Nur schon mal der Disclaimer, wer sich jetzt fragt, der Jun hört sich ja krank an. Ja, wir nehmen am Wochenende auf. Da war ich noch krank. Vielleicht bin ich heute nicht mehr, wo das Video kommt, oder... Ich bin einfach komplett tot. Das kann auch passiert sein, aber man weiß es nicht. Also, man kann nicht immer mit den Besten rechnen. Naja, halt mal. Wir sehen hier, ich kann nicht das bauen, was ich vorhatte. Scheinbar hat das ganze Buggy-mäßige sich hier aufgelöst. Endlich. Ja, tatsächlich, endlich. Ich gebe zu, das fand ich schon hart nervig, dass man hier nichts bauen konnte, weil der Scheiß halt immer weggegangen ist. Und jetzt hab ich nicht genug Holz. Marvin, hast du noch Holz? Wo bist du gerade? Möchtest du schlafen gehen? Es ist dunkel, ich hab Angst. Ja, ich möchte schlafen gehen, aber bitte in getrennten Betten. Danke. Ja, ich wollte nicht mit dir in eine Bette schlüpfen da. Eine Bette schlüpfen. Das freut mich. Ja, ja, ich weiß. Klar freut sich das. Ich mein, wenn ich in dem Bett drin liege, dann hast du keinen Platz mehr. Ich bin zu krass. Ja, du bist einfach zu fett. Nein, ich bin zu krass. Nein. Ich verstehe darauf, dass ich krass bin. Ich hab das jetzt gesagt. Dann ist es halt. Ich versuch's, weil ich verhunger jetzt. Haben wir Essen? Hier oben irgendwo, ne? Schau dir welches. Kartoffel. Oh, jetzt ist hier nicht mal was gekochtes da, weil du den scheiß Ofen auslassen gehst. Oh, Mann. Was kannst du eigentlich? Ja, du. Komm, weißt du was? Ich esse Kokosnüsse. Dann spare ich mir's trinken. Cool. Ja, ich weiß. Wenn ich jetzt auch mal überlege, den hier könnte ich mal wegmachen. Wen? Weil der steht hier im Moment eh nur rum. Wir können den empfangen. Ich hab vorhin noch das neue Plateau bauen, was ich gerade am errichten bin. So, als ob so... Ja, klar, damit der schnell weg ist, ne? Hä, wieso? Das ist so ne fette Basis da vorne. Da geht ich schnell kaputt. Ich tu ihn erstmal in die Kiste hier rein. Ja, er packt ihn in die Kiste, Digga. In die Kiste. Ja, klar. Warum nicht? Wenn jetzt ein Pirat kommt und das Schiff entert, ha? Dann ist die Kiste weg. Ja, das ist doch geil. Ne, das ist nicht. Wenn wir nochmal von neu anfangen, hast du mehr Folgen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich muss nicht so schnell was Neues wollen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Meine Axt ist kaputt. Hast du noch Sachen für eine Axt? Was brauchen wir denn? Ähm, ich brauche Seil. Habe ich jetzt schon? Ich brauche zwei Schrott und einen Bolzen. Schrott und Bolzen kann ich dir besorgen. Ja, besorg mir mal einen schicken Bolzen. Ja. Ja, drop it. Drop it, bitch. Drop it. Los, drop it von mir. Oh, nice. Du hast gedroppt, Alter. Geht, droppt und hergestellt. Bams, da ist die neue Axt. Nach Essen. Hast du etwa Kartoffeln fertig gemacht? Oh, ja. Es gönnt er sich. Meine Kartoffeln, der Sack. Klar, wieso nicht? Bist du ein Anti-Mate? Weißt du das? Das freut mich. Dicke ich zu, ein Anti-Mate? Der He ist irgendwie jetzt komplett aus dem Spiel verschwunden. Und wieso habe ich jetzt nur 10 Holz bekommen? Aus den ganzen Bäumen. Ach, nee. Ich habe 8 für das Ding gebraucht. Na, super. Ähm. Warum ist hier überall nur Kupfer? Ich will mit dir jetzt. Ja, weil Kupfer halt, äh, ne? Auf dem, auf dem Markt ist, ne? Der Kupfermarkt ist gerade stabil. Was man von deiner Mutter nicht behaupten kann. Ja, ich weiß. Der Witz musste einfach gerade raus. Ich hatte einfach gerade, weißt du, ich brauchte gerade diesen Mutterwitz, ne? Kennst du das, wenn du so dieses Bedürfnis, dass du einen Mutterwitz hast und dann einfach da rauskommst, ne? Das war gerade so bei mir. War einfach plötzlich da. Ich entschuldige mich dafür. Nichts. Ja. Ha. Super. Da hinten sind wieder fliegende Fische unterwegs, ähm, ne? Ja, ich weiß. Die sind die ganze Zeit schon da. Ja, nochmal. Das ist aber auch kein Bug. Das ist... Das ist ein Feature, ne? Ja. Das muss so. Das macht das Spiel realistischer. Vor allem, der Heiz ist da wirklich weg. Oder war der tot? Nee. Der war eigentlich noch Bahn, ne? Meine erkennt das nicht. Tatsache, eigentlich, ne? Geil, jetzt können wir die ganze Stadt... Jetzt können wir hier weiterhin ohne High spielen. Das ist doch super. Nein. Nicht? Nein. 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 Jetzt hab ich echt den Pfosten falsch gesetzt. Ich bin doch echt so doof. Oh, Mann! Ja, du bist ein richtiger Pfosten, ne? Sei still. Warum bekomm ich hier nichts von diesem blauen, äh... Bunzel-Eisblumen-Zeug? Was? Was laberst du? Unter Wasser gibt's jetzt so wieder ne Flansche, die man abbauen kann. Ach ja, wir müssten mal losfahren. Der Wind steht grad günstig. Der führt nämlich voraus. Ich hab sowieso alles hier schon abgegrast. Wie so ein Schaf. Ich setze schon mal die Segel in Richtung. Ich weise da noch, bist du da? Bist du schon da? Oder kann man ja losfahren? Oder wie war das? Ja. Ach nee, warte mal. Die Segel sind völlig, ähm, ja. Ich kann den Wimpel wieder nicht lesen. Wir müssten den Fähler erstmal umrunden. Was kannst du heute... Ja, Entschuldigung. Ich hab das jetzt einfach falsch interpretiert. Ich dachte, in die Richtung Tira, von der er kommt, ist der Wind, aber... Meine Güte. Irgendwie bewegen wir uns nicht so stark, ne? Ja, der Anker war ja noch gesetzt, so doof. Ach so. Prostig. Ja, zufrieden, wenn wir uns bewegen? Äh, ja. So. Jetzt sind wir ausgeparkt. Oh, da ist der Heilköder. Hä? Jetzt seh ich ihn. Da war er die ganze Zeit schon. Ich seh ihn jetzt erst. Was kannst du eigentlich? Bei mir war er im Boot drinnen. Was, was kannst du eigentlich, Marvin? Was kannst du? Äh, die können wir eigentlich aufs Maul hauen, ne? Aha, aha, aha. Das, 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 da drin. Der kann drohen. Drohen kannst du? Schnucki, drohen kannst du? Hä? Hä? Ich war auf dem Boot und ich bin tot? Hä? Hä? Ich lieg unten auf dem Boot, aber tot. Joa. Vielleicht bist du eingeschlafen, wer weiß. Ah. Ab ins Bettchen. Hopp. Mach Haier. Seit wann kann der Heil denn durchs Boot durchbeißen? Wo war der? Wo hast du das denn Haig gesehen? Ich dachte, der Heil war tot. Oder nicht da. Nein, ich stand hier und ich bin einfach gestorben. Vielleicht hast du gerade Antimaterie in dir drin gehabt und dann so Paff und dann weg und dann Piu und dann Laserstrahl und dann warst du tot. Oder es war vielleicht ein großer Vogel. Hier gibt es aber keine großen Vögel. Doch, die gibt es. Es gibt große Vögel. Nein. Auf den großen Inseln. Die können Steine auf sich werden. Was für große Vögel auf welchen großen Inseln? Ich weiß nichts von großen Inseln. Du erzählst hier elende Fake News an den Pranger mit dir. Nein. Doch, doch, doch. Es gibt eine Acht der Bohrinsel, wovon ich dir übrigens schon erzählt habe. Ja, ich weiß nichts von der Bohrinsel. Jetzt kann ich euch mal... Ernsthaft, jetzt kann ich nicht mehr bauen. Der Baubuck ist da. Das ist ein Witz, oder? Ja, das ist wieder alles verbuggt. Hä? Digga, was ist los? Warum buggt das jetzt wieder so hart? Lol. Aber wir dürfen uns nicht fortbewegen. Das will das Spiel nicht. Gefällt dem nicht so. Oder der Rechner ist einfach nur Scheiße. Was für mein Rechner? Mein Rechner ist geil, ja? Ist geiler als dein Rechner. Du hast nämlich gar keinen. Ja, kann sein. Ach so, ich spiele auf dem Handy, ne? Ja. Opfer hier, ne? Wie so ein Fortnite-Kiddy am Handy, ne? Ja, klar. Du hast ja klar. Willst du das einfach abstreiten, Marvin? Ja. Ich kenne da eine dunkle Vergewandlung. Das ist eine starke Beleidigung für mich. Ich kenne da eine dunkle Vergangenheit. Hier, ne? Mit Fortnite und so. Mir kann das nichts von... Ja, ich deine auch. Ich habe keine Vergangenheit. Ich habe sie aufgearbeitet. Ach, ich auch. In meiner Erinnerungskultur gibt es das nicht. Frau, ich weiß noch letztens, wo ich fragte, wie ich da oben das komische Ping und FPS wegbekomme, ne? Genau, in der Folge, jemand gefragt hat, wie man das da hinbekommt. Ich sage so, ja. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Zert, ne? Echt, was stehst du denn hier so rum? Arbeite mal. Okay, der Baubug ist wieder weg. Vielleicht war es noch eine zufällige Entscheidung. Ich weiß es nicht. Es ist mysteriös. Ich hoffe, der Hai-Bug ist jetzt auch wieder weg. Kratsch, weg ist er. Wäre blöd, wenn die Welt jetzt so etwas kaputt wäre, ne? Und wieso das denn? Ja, wenn wir sie nicht mehr bugfrei starten können, wäre das vielleicht... Ja, bugfrei. Was definierst du als bugfrei? Das ist hier, das ist kein Bug. Das ist ein Feature. Ah. Warum hast du nichts davon gekriegt? Weil ich es gerade erst gegessen habe. Digga, der Haifisch. Och, jo. Na, scheint ja wieder normal zu arbeiten, ne? Ach, der Haifisch. Schock mich nicht, was der Hai macht. Ich finde, der sollte auch mal wieder arbeiten. Der hier, der macht wieder nichts. Mach mal Bremse an. Ah. Mach doch das Ding runter. Nein, jetzt nicht. Ich bin wieder an Bord. Ja, jetzt ist es zu spät. Och, jo. Also, der Baubug ist irgendwie immer noch real, aber auch nicht so richtig. Ja, so... Das ist so eine halbgare Sache. Jetzt fährst du den ganzen Tag weiter, ne? Was machst du denn eigentlich? Och, jo. Man, ey. Ja, das war ein Stück Holz, was ich einsammeln wollte. Ja, ich habe mich ein bisschen mietig gefühlt, Entschuldigung. Naja, einmal im Jahr sollte man ja duschen. Ja, ja, genau. Einmal im Jahr ist es ganz ratsam, ne? Einmal duschen, dann ist Weihnachten. Okay, also der Baubug ist immer noch real, aber irgendwie auch nicht. Er hat einen Teilzeitjob. Ja, Tatsache. Oh, ein Fass. Oh, ja. Ah, mach mal Bremse an. Ey, was gehst du denn dauernd über Bord? Ah, nein, weißt du, was das Problem ist mit dem Baubug? Du bist einfach nur inkompetent. Ne, ich dachte es gerade, aber ne, doch nicht. Hä? Ja, danke. Bitte. Ich hätte das selber gemacht, aber ging halt nicht, ne? Achso. Spiel wollte ich das gerade nicht. Genug Holz? Für was? Bauen. Wie, baum? Nein, der baut nicht genug Holz. Bauen. Was willst du bauen? Ja, du wolltest doch da eben was bauen. Ja. Hattest du genug Holz? Ja, ich hab immer genug Holz, Bruder. Ich bin hier Holzmillionär. Achso. Hallo, hi. Wie geht's dir? Soll ich dir mal ne Angel ins Gesicht schmeißen? Jo. Ich angle jetzt mal den Hai. Hi. Oh, du willst der Hai-Fisch, der mag mich glaube ich nicht, ne? Wieso? Ihr seid doch beste Freunde. Ja, manchmal, aber nicht immer alles. Manchmal so ein bisschen rabiat zu mir. Manchmal so ein bisschen giftig? Mhm. Aber nur ein bisschen. Dann ist es wieder in Ordnung, dann vertragen wir uns wieder. Ich kenne mich von anderen Personen, die sind auch so ein bisschen giftig. Du? Achso. Interessant. Ähm. Ja. Ja, ja. Ähm. Pass auf. Vor allem, ich kann ja auch mit der Angel übers komplette Boot rennen, ne? Ich brauche gerade mal einen Nogel. Haben wir einen Nogel? Oder Schrott? Aber hast du das? Ja. Nee, ich brauche einen Nogel. Fische sollten wir jetzt inzwischen genug haben. Ich hab mein ganzes Inventar voller Fische. Schön. Ähm, und ich kann hier wieder keine Pfosten bauen. Was kannst du eigentlich? Nee, es geht einfach nicht. Ja. Siehst du, ich kann hauen, das ist einfach nicht. Ich juckt das Spiel nicht. Hast du genug Nogel? Ja, doch. Ich kann immer nur in dem Layer was bauen, wo ich gerade stehe. Fluss. Das kann ich da jetzt auch nicht. Matt, korrigieren Sie den Kurs. Pfeife über Bord. Was? Ach so. Pfeife über Bord. Jetzt verstehe ich, was du gesagt hast. Pfeife über Bord. Drei Jahre später. Ja. Pst. Ich hab das Fass. Welches Fass? Das, was da unten drin war. Da waren zwei drin bei mir gerade schon. Dann war da noch eins. Ja. Passiert. Jetzt kann ich aber nicht hier einen Pfosten bauen. Ich kann es nur von außen mal machen. Warum zur Hölle? Warum kann ich die Pfosten nur von außen bauen? Weil du einer bist. Und das auch nur, wenn ich außerhalb des Bootes bin. Ich bin, wenn ich innerhalb außen baue. Du solltest den Kurs ändern, du Schlau. Alter. Weißt du, was Kurs ändern heißt? Rüber. Hab ich gerade gemacht. Da hinten ist gerade ein Vogel verschwunden. Das heißt, da könnte eine Insel sein. Juckt mich nicht, dass da ein Vogel verschwindet. Ich will die Insel haben, da. Die Insel? Das Boot. Oh ja. Hi. An dem äußersten Stück, was hier noch ranhängt. An dem sogenannten Heilfischköder. Nee. Das bleibt schön da. Als Heilfischköder. Haps. Loll. Äh. Ich bin hängen geblieben. Was, du bist hängen geblieben? Ja. Ich lasse mal kurz den Anker fallen, damit ich dann von außen an unserem Schiff das Ding anbringen kann. Was willst du? Den Pfosten bauen. Ach so. Ja, bist ja inkompetent. Da war ja was. Ich glaube, ich habe gerade ein Heilfisch gedotscht. Das war so richtig. Und ich habe einfach immer noch keinen Speer. Komm schon. Zack. Kann es sein, dass die das mit den Fackeln gefixt haben? Was? Dass die jetzt früher angehen. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Weil es sieht so ein bisschen danach aus, ne? Fakt ist, das mit den Brettern, das nervt mich so richtig. Aber so richtig. Ey, ich schwör's dir, du. Warum sind hier oben in der Essenskiste Samen drin? Weiß ich nicht. Die gehören in die Pflanzenkiste. Ist das meine Aufgabe? Ja. Nein. Marvin, nein. Komm drauf klar. Ey, dann halt nicht. Nein. Einfach nein. Okay. Ja. Rezept Gemüsesuppe. Mhm. Haben wir das überhaupt schon? Früchte, Kompott. Ich habe keine Ahnung, was für Rezepte wir haben. Wir haben so viele Sachen. Haben wir noch nicht. Das geht sogar relativ einfach. Lol. Lass mich raten, mit Gemüse? Hö, 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 hö. Wie kommst du da drauf? Ich bin schlau. Wir brauchen Rüben und Kartoffeln. Hast du Rüben? Ich habe tatsächlich welche? Drei Stück. Gut, dann... Aber erst mal werde ich gerade noch eine neue Fackel bauen. Tatsächlich. Wo gibt es die Fackeln? Welches Menü? Die gibt es bei... äh, den Stuhl. Ganz unten. Bei die Degose. Eine Laterne. Ich brauche Planken und ich habe kein Holz. Ähm, ich wollte vorschlagen, äh, die... Wollen wir sind in der nächsten Folge dran. Die Folge ist nicht mehr zu Ende von der Zeit her. Ähm, aber dann möchte ich noch jemandem Tschüss sagen. Jemandem Grüßen. Äh, ja, ich grüße deine Mutter und... Joa, das... Ja, grüße richtig aus. Ähm, dann von mir aus noch einen schönen Tag. Hau da rein. Tschüss! Hm.